90 Autos auf einem riesigen Parkplatz in Bottrop-Kirch-Hellen. Dazu erklingt aus jedem Fahrzeug Musik oder die Stimme einer Pfarrerin. Zeit für einen Autokinogottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde in Bottrop. Nebenan im Moviepark fahren die Besucher währenddessen auf ihre ganz eigene Art in himmlische Höhen auf und wieder ab. Pfarrerin Anke Maria Büker-Mami hat mit einem Team haupt- und ehrenamtlicher Helfer in Rekordzeit diesen besonderen Gottesdienst realisiert. Der nicht nur aus 50 Minuten kirchlichem Rahmen am besonderen Ort bestand, sondern eben auch mit viel Musik davor und danach gespickt war. Den über 250 Besuchern gefällt dieses Happening richtig gut. Ich finde das super. Ich bin ja selber im Chor auch in Grafenwald und wir haben ja jetzt ewig nicht mehr geprobt. Und ich habe so ein paar Trädchen vergossen vorhin und habe so gedacht, boah wie schön, das ist was für die Seele. Die Musik, der Gottesdienst war sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen, wie da die Achterbahn so wie das Leben spielt und da der Gotteswort und der Wind über den Altar geweht ist und die Musik dazu. Das war ein Empfinden, das war fantastisch. Das ist absolut geil. Das ist nur schön, wunderschön, großartig. Mir fehlen die Worte. Ganz toll. Ich finde es gut, weil die Musik gut ist und hier bin ich, weil ich heute Morgen zum Glück rechtzeitig aufgewacht bin. Weil ich wollte eigentlich ausschlafen. Wir waren schon ewig nicht mehr beim Gottesdienst und jetzt noch das Mitsingen ist einfach total toll. Es macht Spaß, auch wenn wir so weit auseinander sind. Ja, es ist einfach schön organisiert, ist toll. Könnte man öfter machen. Der Parkplatz neben dem Moviepark bietet der 16 Meter breiten Bühne und der gigantischen LED-Wand einen erstklassigen Standort. Mit vielen technischen und organisatorischen Helfern schafft es die Kirchengemeinde gemeinsam mit der Integrationsagentur eine gute Atmosphäre auf die Leinwand, in die Autos und letztlich in die Herzen der Besucher zu zaubern. Dazu hat die Band rund um Kantor Matthias Opow auch viele Abende geprobt, um hier ein erstklassiges Programm liefern zu können. Es ist ihnen gelungen. Man hörte mehr aus den Autos, als wir gedacht haben. Wir dachten, wir kriegen gar keine Reaktion und hatten da große Sorge, dass man ohne so ein Gegenüber, dass das dann so ist wie so eine Radioandacht oder so ein Fernsehgottesdienst, wo man eben keine Resonanz hat. Aber das war anders. Man merkte, dass die Menschen mitgegangen sind. Wir haben extra bekannte Lieder ausgesucht, die die auch mitsummen können oder mitsingen können. Und viele haben das wohl auch gemacht. Heute hier, morgen dort und dann über den Wolken. Schlager, Gospel, Rock und Pop. Mehr als 600 Folien mit den Liedtexten des Tages haben die Helfer vor dem musikalischen Gottesdienst produziert. Auf der Leinwand konnte sie dann jeder lesen, während das Geschehen auf der Bühne im XXL-Format sichtbar wurde. Am Ende hat das gesamte Event fast drei Stunden gedauert. Fest steht, die Evangelische Kirchengemeinde in Bottrop veranstaltet auch in Zukunft solche besonderen Gottesdienste an besonderen Orten.